Wir stehen jetzt hier am roten Teppich von Bridget Jones Baby und warten auf die Künstler. Das Schöne ist, der rote Teppich ist gar nicht rot, sondern er ist... Der Rote Teppich von Highs Biorgio. Der Rote Teppich vonМi und warten auf die Künstler. Der Rote Teppich von Lassim. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja.